Hallo YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Schnupftabak Vorstellungsrunde. Heute geht es mal wieder um einen altbekannten und zwar um den sogenannten Ozona. Diesmal aber nicht nur mit Menthol, da wir ja wissen, die letzten Videos bzw. das letzte Video, was ja schon ein paar Tage zurückliegt, war ja der komplett reine Ozona mit Mentholgeschmack, das war ja mehr so die Mentholbombe unter allen anderen. Ja, wir wollen ja natürlich, oder ich möchte ja den Kanal treu bleiben, indem man den ja nennt Fruit Snuff, also Frucht- und Schnupftabak. Heute geht es um diese wunderschöne Verpackung, die ist sozusagen identisch aussehend wie zu jeder anderen Wald, bzw. unter diesen Ozona. Und zwar geht es heute um Ozona Cherry, also praktisch Kirsche und der Hersteller, wie gesagt, der nette Perden Pöschel, verspricht einen wunderschönen Kirschgeschmack mit natürlich unserem Menthol wieder enthalten. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wird das wieder so eine Mentholbombe wie die anderen, die wir hatten, oder den anderen, den wir hatten. Ja, probiert habe ich ihn noch nicht, ich habe ihn eben bloß geöffnet, und zwar an der Öffnung her hat sich auch nichts geändert, das ist hier vorne wieder dieser kleine Schlitz, wenn man jetzt eben hier dreht wieder, dann ist hier dieses Aufschüttloch wieder zu sehen, und man kann das dann eben auf seinen Händen oder auf seinen Handrücken verteilen. Je nachdem, wie breit man dieses Loch öffnet, oder wie weit man dieses Loch öffnet. Ja, ansonsten, was gibt es auf der Dose großartig zu sagen? Eigentlich großartig nichts, es ist eben natürlich das gleiche wie sonst immer. Vorne steht dann der Osona Cherry Snuff, frisch und fruchtig heißt es eben noch, und hinten der allgemeine Tabak-Hinweis, dass dieses Tabakerzeugnis gesundheitsschädigend ist und bla bla bla. Wie man das ja so ständig, oder wie man das auch so von den allgemeinen Zigarettenschachteln so kennt. Ansonsten hat sich natürlich nichts geändert, es kommt wieder vom Pöschl aus Geisenhausen. Geisenhausen wissen wir nun mittlerweile, dass es aus Bayern kommt. Habe ich jetzt natürlich nicht direkt bei dem Hersteller bestellt, sondern unter dem snuffstore.de könnt ihr euch so eine Dose bestellen. So eine Dose, die ist Standard 5 Gramm, die gibt es auch nicht kleiner und nicht größer, also zumindest nicht im Snuffstore habe ich sie gesehen. Wenn vielleicht bei dem Hersteller selbst, aber da habe ich mich auch noch nicht informiert oder beziehungsweise so interessiert, bin ich jetzt nicht, dass ich jetzt direkt bei Osona danach gucken muss. Auf jeden Fall, Nachfülltüte wird schwer, gibt es eben zumindest im Snuffstore nicht. Also da habe ich jetzt gerade auch nachgeguckt, das Handy liegt ja hier neben mir links. Und so eine Dose, weil ich ja selber nicht wusste, was ich da überhaupt bezahlt habe, wo ich mir die verschiedensten Sorten bestellt habe, habe ich nochmal nachgeguckt. So eine 5 Gramm Dose kostet 1,70 Euro. Also ihr macht da nichts falsch, wenn ihr die jetzt bestellt für nur 1,70 Euro. 5 Gramm sind hier drin. Es war wieder eine Menge, die mehr ist, wie zum Beispiel diese 3,5 Gramm Dosen von McChrystal. Ja, und 1,70 Euro, wie gesagt, wenn der euch nicht schmeckt, kann man nichts viel falsch machen, weil 1,70 Euro ist jetzt nicht gerade die Welt. Ja, ansonsten wie gesagt, Nachfülltüte gibt es nicht. Eine größere Dose habe ich nicht nachgeschaut, ob das jetzt vorhanden ist oder nicht, weil ich vergleiche das sowieso immer mehr gerne mit dem Snuffstore, beziehungsweise gucke im Snuffstore mehr nach, als jetzt im Einzelnen die Seiten abzuklappern. Auf jeden Fall werden wir heute wieder den Geruchstest und den Geschmackstest machen. Und da wir ja kennen den Geschmackstest mit Ozona, bin ich jetzt wirklich gespannt auf, dass wirklich das hier verspricht, was hier draufsteht, diese Kirsche, die dann auch nach Kirsche schmecken soll. Oder ob natürlich hier der Mentholgeschmack oder der Mentholanteil so groß ist, dass wir mehr wieder mit der Nase ein Problem kriegen werden, wie mit der Kirsche, auf gut Deutsch. Also mit dem Menthol mehr ein Problem kriegen, als mit dieser Kirsche. Ja, dann werden wir gleich den Geruchstest machen und den Geschmackstest. Dafür werde ich wieder meine Kamera nehmen und lassen wir uns überraschen, wie das dann wird. So, da sind wir wieder zurück und die Dose schon parat in der Hand. Und ja, ich kann die euch nochmal zeigen. Also hier ist natürlich wieder diese Öffnung, die ja in den Ozona-Dosen so üblich ist. Und wenn man jetzt hier dreht, könnt ihr die Öffnung eben einstellen, wie viel ihr jetzt rausmachen wollt oder raufmachen wollt auf eurer Handoberfläche oder auch nicht. Natürlich umso größer, umso mehr kommt raus. Und für die weniger anfangen, die sollten natürlich dann auch ein bisschen weniger, erst mal am Anfang zumindest raufmachen. Wir werden jetzt gleich den Geruchstest machen aus der Dose heraus und dann werden wir den Geschmackstest nachhinein gleich machen. Und dann bin ich gespannt, wie das jetzt so wird. Also, wie gesagt, Menthol so im Hinterkopf, auf das jetzt so toll wird, müssen wir uns überraschen lassen von unseren sogenannten Ozona. Ja, also ich werde ihn jetzt erstmal hier ein bisschen öffnen, beziehungsweise komplett öffnen. Also so, dass ich das ganze Loch sehe, so wie hier. Und dann riechen wir mal rein, ob wir überhaupt Kirsche oder irgendwas anderes riechen. Das ist halt immer die Frage. Also wenn ihr jetzt natürlich wieder richtig rangeht und richtig zieht, dann merkt ihr schon selbst den Menthol. Aber das Gute ist, man riecht Kirsche. Das ist schon mal wirklich was Gutes. Ich hoffe wirklich auch, dass der nach Kirsche schmeckt. Also, wie nicht jetzt in dem letzten Video. Das war ja eben keine Kirsche. Das war ja der Leim, der Togleim. Und der hat zwar nach Eukalyptus gerochen. Und was ich da gesagt habe, und geschmeckt hatte der ja wirklich nach Kuhscheiße. Das war ja wirklich, oder nach Kuhstall gerochen sozusagen. Und der Geschmack war auch so. Ich hoffe, dass dieser hier wirklich auch Kirsche schmeckt. Weil ich möchte jetzt nicht, weiß nicht, was man noch für Geschmäcker haben kann. Vielleicht Babywindeln? Keine Ahnung oder so. Also, gibt's ja alles. Also, man kann ja sonst was verschiedene Geruchsarten haben. Oder beziehungsweise die selber riechen. Es ist natürlich von jedem Einzelnen selber abhängig. Gut, wir werden uns jetzt was hier hinten rauf machen. Beziehungsweise erstmal hier rauf. Auf den Tisch werden wir uns das überhaupt mal angucken. Auf der jetzt wieder so ganz feinkörnig ist. Oder so ein bisschen gröber. Aber wir kennen das ja vom Ozona her selber. Der müsste wieder gröber sein. Und dürfte nicht auf der Hand kleben. Theoretisch. Äh, an der Hand, an den Fingern kleben. Aber meine Hände sind schon wieder schmützig. Da wird er wieder wunderbar an meiner Hand kleben. Deswegen mal ein bisschen hier abstreifen an der Hose. Dass ich die nie so klitschnasse habe. Naja, klitschnasse sind die nicht. Aber die sind eben etwas feucht. So, da gucken wir uns den an. Oder was sehen wir mehr oder weniger? Wir sehen ja wieder den Tabak. Der ist nicht gerade super fein. Also wenn ich jetzt hier mit der Hand drauf drücke, klebt er zwar dran. Das ist natürlich jetzt, weil meine Hände etwas feucht sind. Aber wenn ich den jetzt auch so abmache. Naja, der ist grobkörnig auf jeden Fall. Der ist nicht so fein geschnitten wie der McChrystal. Der ist ja noch ein Stück feiner. Und der klebt ja dann noch wunderbarerweise richtig schön fest an der Hand. Wenn man den jetzt eben hier dran hat, dann, ja, habe ich ja mal gesagt. Sieht das aus, als wenn man in einen Haufen Scheiße reingefasst hat. Und unterwegs ist das eben ein bisschen blöd. Wenn man jetzt eine Dosen hat, die man oben öffnen muss und dann so mit der Hand reinfassen muss. Es ist natürlich blöd, weil aus der Dose würde, ich glaube nicht so schnaufen, äh, schnaufen. Das Einatmen so, das würde ein bisschen viel, glaube ich, sein. So, wir werden das jetzt mal probieren. Ich werde jetzt dafür den Rest hier nehmen, weil das möchte ich immer alles ungern wegschmeißen. Kostet ja auch Geld. Auch wenn es bloß 1,70 Euro sind, ist nicht gerade die Welt. Aber, wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist. So, auf jeden Fall, wenn ihr das schon in den Händen so ein bisschen reibt, ihr riecht die Kirsche. Das ist schon mal wirklich das Positive, was ich jetzt so raus merke aus diesem Cherry. Also heißt ja Ozona Cherry und das ist wirklich auch Kirsche. Meine ganzen Hände riechen jetzt nach Kirsche. Also wenn ihr jetzt einen Haufen Kirschen hätte, in so einem Packen, die würde ich jetzt komplett hier eigentlich genauso riechen. Natürlich, der Metholgeschmack, den riecht ja, beziehungsweise die Frische riecht ja auch schon. Zumindest etwas, aber nicht so extrem stark wie der komplett reine Ozona-Menthol. So, da werden wir uns das jetzt mal in die Nase ziehen. Ich will das noch ein bisschen verteilen, weil so einen ganzen Berg in einer Nase oder im Ein-Nasen-Loch ist natürlich auch nicht so toll. Deswegen, wenn wir das jetzt so ein bisschen hier verteilt haben, auch gleich probieren. Jetzt muss ich bloß nicht so viel atmen, dass ich nicht alles runter atme. So, der erste Eindruck natürlich wieder. Menthol kommt zum Vorschein. Und wie gesagt, macht wenig rauf beim Ozona. Also empfehle ich euch auf jeden Fall, dass ihr da wirklich so ein Stück weniger rauf macht, als wirklich so ein Berg. Und dann nimmt das lieber zwei, dreimal hintereinander von mir aus, als wenn ihr so einen Haufen da reinballert oder euch da reinballert in die Nase, sag ich jetzt mal. So, auf jeden Fall. Menthol kommt, der ist dann natürlich gleich wieder da in der Nase. Das merkt ihr auch. Ein kurzer, frischer Atemzug und ja, wie die Nase frisch ausgeschnauft. Und gleich hinten weg kommt, ihr Staune, es ist wirklich Kirsche. Also es ist jetzt kein Kuhstall oder Babywindeln oder irgendein Dreck, den man da riecht. Das ist wirklich jetzt die Kirsche. Die verteilt sich auch langsam in der Nase und ich glaube, wenn man das jetzt noch eine Weile so wirken lässt, hat man eigentlich komplett einen Kirschgeschmack in der Nase. Das ist eigentlich mal, finde ich jetzt von meinen her, von diesen Ozona, weil den Ozona fand ich ja im Prinzip auch gut, in dem Sinne gut, wenn nicht immer diese Mentholbomben wäre. Aber bis jetzt würde ich eher sagen, der überzeugt mich schon ein bisschen mehr. Also mehr zur Anwendung würde ich ihn eher auch nehmen oder zum öfters Anwenden. Den Schnupftabak, der ist auch nicht so extrem in der Menthol-Lastigkeit. Also da ist wirklich zwar Menthol drin, so wie es ja Standard ist bei Ozona. Und der Kirschgeschmack kommt eindeutig mehr zum Vorschein. Und der bleibt auch wunderschön in der Nase. Das ist so richtig schöner, keine Ahnung, wenn man sich jetzt hier Kirsch schon um der Nase wickeln würde. Das riecht eigentlich richtig gut. Schmeckt auch so wie, ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon mal Kirschlimo getrunken. Oder Kirschsaft, das ist genauso der gleiche Geschmack. Also so einen Geschmack habe ich auch gerade in der Nase. Und das ist eigentlich mal eine ganz andere Richtung. Selbst wie dieser Ozona Orange, der war ja auch nicht gerade so toll, sage ich mal. Also der ging, aber er war nicht für mich jetzt so prickelnd, sage ich mal. Aber dieser Kirsch, der ist gar nicht mal so verkehrt. Also für eine Euro 70, 5 Gramm Dose kann man da nichts falsch machen. Also Kirschen wird ja jeder gerne essen im Sommer selbst. Ich glaube, das ist so ein richtiges Sommerprodukt. Also wenn man den jetzt noch hat, hat im Sommer dazu einen Garten, sitzt Kirschen, isst. Statt die Kirschen noch im Mund zu haben, kann man auch die Kirschen in der Nase haben. Das ist das einwandfreie eigentlich, kann man den im Sommer noch richtig gut verwenden. Ja, ansonsten würde ich sagen, der fällt mal nicht bei mir durch. Beziehungsweise er fällt auch nicht durch, weil ich finde ihn eigentlich ganz angenehm. Tabakgeschmack, der kommt nach und nach. Das dauert jetzt wirklich, also ein wenig. Also man merkt wirklich jetzt eher mal die Kirsche. Der Menthol ist jetzt komplett weg von der Nase und man hat nur Kirsche. Also wunderschön, frischer, angenehmer Geruch oder Geschmack. Geruch ist ja Quatsch, Geschmack. Ja, ansonsten empfehlen wir jetzt sogar für den Sommer im Garten, wenn man Kirschen isst, noch dabei. Beim Kirschen pflücken vom Haus kann man sich gleichzeitig noch den Kirschenduft in der Nase reinziehen. Das wäre jetzt so ein Stück angebracht. Wobei wir ja noch Winter haben, da wird das jetzt eh noch eine Weile dauern. Ansonsten, ja. Ansonsten, wenn ihr euch die Sorte zusagt, oder beziehungsweise ich sage die euch einfach mal zu. Also ich finde den jetzt von dem Geschmack her eigentlich von den ganzen Ozona-Sorten, von der Orange und dem kompletten Menthol, den ich hatte, eigentlich den noch am besten. Ich glaube, ich habe noch einen. Ja, einen habe ich noch. Das wird dann aber in der nächsten Folge. Zeige ich den euch. Eine Fruchtsorte habe ich noch von Ozona. Der ist aber schon sozusagen fast in den anderen Videos genauso. Also da ist der gleiche Geschmack wie vom anderen Hersteller drin. Deswegen bin ich gespannt, wie der sich macht. Da werden wir vielleicht beide mal testen. Also war es ja der gleiche mit der Geschmackssorte von diesen anderen, den ich hatte. Ich will jetzt den nicht verraten, sonst wisst ihr das ja, weil die paar Videos, die jetzt erst oben sind, da könnt ihr euch das raussuchen. Ja, er meinte jetzt den so und so und der hatte Geschmack so und so. Und dann wisst ihr genau, was ich jetzt in den Ozona drin habe. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer wieder freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht. Ansonsten könnt ihr mal hier unten eure Erfahrungen reinschreiben, wie ihr den Ozona Cherry findet. Ob euch das genügt oder ob ihr den eigentlich öfters nehmt. Würde ich mich mal freuen, wenn ihr dazu mal euch äußern würdet beziehungsweise einen Beitrag geben würdet. Und dann sehen wir uns natürlich wieder zur nächsten Schnupftabak-Vorstellungsrunde am Donnerstag wieder. Wie gesagt, diese Schnupftabak-Vorstellungs-Videos kommen immer jetzt am Montag und Donnerstag, weil ja wie gesagt, im Hintergrund läuft ja noch mein anderer Hauptkanal. Der hat ja ganz rein gar nichts mit diesen Schnupftabak-Vorstellungen zu tun oder Reviews, nennen wir es mal so. Da geht es ja natürlich um was ganz anderes, deswegen bleibt mir sozusagen der Montag und der Sonntag, äh, der Montag und der Sonntag, der Montag und der Donnerstag immer übrig. Oder mehr oder weniger möchte ich den nehmen, weil dann kann ich mir ein bisschen besser so die Zeit einteilen und dann euch sozusagen damit glücklich machen. Gut, dann war es das erstmal für heute. Heute haben wir den Montag, 16 Uhr und, oder ein paar Minuten nach, 16 Uhr, obwohl es hier hinten dunkel ist, aber das Video kommt 16 Uhr, das ist logisch. Ähm, dann sehen wir uns wieder am Donnerstag. Für alle, wie gesagt, Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Und für alle, die eben noch neu zugeschalten haben, mich jetzt zum ersten Mal sehen oder euch das Video gefällt, wie auch immer, würde ich mich freuen. Wenn ihr mich abonniert, müsst ihr natürlich nicht. Ansonsten da oben ist diese Abo-Knopf und weiter oben ist dieses X-Knopf, wenn ihr eben nicht wollt. Gut, dann war es das. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns am Donnerstag, pünktlich, 16 Uhr, wieder mit einem neuen Produktreview. Dann sage ich, gute Nacht, schöne Arbeitstage, schöne Ferien oder wie auch immer, was ihr habt, Urlaub. Könnt ihr euch alles selber aussuchen. Ich bedanke mich für's Zuschauen und bye bye.